Hallo liebe Großbildfreude, für die deutsche Nationalelf hat die Fußball-EM 2024 nun richtig gut begonnen. Ein 5 zu 1 gegen Schottland. Das ist sehr gut, das bringt uns alle in Feierlaune, dass wir Fans mitfiebern können, dass wir mitfiebern wollen. Aber was brauchst du dazu? Einen Beamer, einen hellen Beamer, eine große Leinwand, ein scharfes Bild, einen bezahlbaren Preis. Dazu viele Freunde und Bekannte treffen, eine gute gemeinsame Zeit verbringen. Eine unschlagbare EM-Aktion muss her, für begeisterte Spotswatcher, für unsere Gastronomen, für öffentliche Einrichtungen und für unsere Vereine. Unser EM-Angebot ist der Optoma 507 Plus Beamer mit Laserlichtquelle, mit lichtstarken 5500 Lumen, für gestochen scharfe Projektionen in Full HD und 1120x1080 Pixel. Mit schönen bunten Farben, dank Amazing Color, bei sparsamem Stromverbrauch von maximal 282 Watt. Der ZH 507 Plus unterstützt auch 3D-Filme. Er ist mit UHD vollkompatibel und ist robust, effizient und erreicht mindestens 30.000 Betriebsstunden. Dazu wandeln wir eine 110 Zoll Rahmenleinwand von Elite Screens, die Yardmaster II Aufprojektion mit einem Bildmaß von 2,44 x 1,37 m. Im Lieferumfang sind zwei T-Standfüße enthalten und eine Tragetasche sowie die Leinwand ist für Outdoor geeignet und innerhalb von 5 Minuten aufgebaut. Das Bundle enthält also einen Optoma ZH 507 Plus, eine Elite Screens Yardmaster II in 110 Zoll und kostet 1.999 Euro inklusive Mehrwertsteuer und Lieferung innerhalb Deutschlands. Nur solange der Fahrrad reicht. Du sparst insgesamt ca. 719 Euro gegenüber dem UVP. Besuche unseren Shop www.beamer24.de und wähle die Variante mit 1110 Zoll Yardmaster II aus. Wenn du noch Fragen hast, nutze unsere Expertenhotline für deine individuelle Beratung. An dieser Stelle wünsche ich dir noch eine gute Feierlaune und hoffen wir gemeinsam, dass die deutsche Nationalelf so erfolgreich weiterspielt wie bisher. Mach's gut! Wir sehen uns auf Beamer24. Tschüss! Applaus Buch Vielen Dank.